Hallo, liebe Deutschlernende! Mir ist letztens etwas sehr Tolles passiert. Ich habe einen tollen Fund gemacht. Ich habe etwas gefunden und ich habe diesen Gegenstand auf der Straße gefunden bzw. auf dem Bürgersteig. Der Bürgersteig ist der Weg, den man lang geht, wenn man draußen ist. Das ist ein Weg neben der Straße. Und auf dem Bürgersteig habe ich eine Kommode gefunden. Ich habe diese Kommode hier gefunden auf dem Bürgersteig und jetzt nutze ich sie in meinem Zimmer und deswegen werdet ihr in meinen Videos auch sehen, dass im Hintergrund der Schrank viel, viel besser aussieht und viel aufgeräumter, weil ich dieses Möbelstück auf der Straße gefunden habe. Das ist einfach fantastisch! Es ist einfach toll, wenn man Dinge einfach auf der Straße findet, die Leute dort gelassen haben, anstatt sie wegzuschmeißen. So war es ja dann auch gedacht. Da hat jemand keine Verwendung mehr gehabt für dieses Möbelstück und hat es dann einfach draußen hingestellt. Jetzt ist es meins und es sieht hier alles viel besser aus. Und das werdet ihr auch sehen, wenn ihr meine Videos schaut, dass im Hintergrund alles viel besser aussieht. Das ist auch wichtig, eine Ordnung ist auch sehr, sehr wichtig. Ich bin Deutscher, aber manchmal bin ich nicht ganz so ordentlich, aber jetzt kann ich das Klischee viel mehr erfüllen, wenn ihr dann im Hintergrund einen ordentlichen Schrank seht und nicht mehr so wie in den früheren Videos. Ich hoffe, ihr habt ein paar Wörter gelernt. Also, wie gesagt, Schrank, Kommode und beides sind Möbel, beides sind Möbelstücke und das sind die neuen Wörter für heute. Und ich wünsche euch noch viel Spaß beim Deutschlernen. Schau dir ruhig noch mehr Videos an. Immer fleißig lernen, jeden Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!